Sagen, gönn! Deo! So. 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 Wir sind jetzt sehr aufgedreht, weil wir sehr geile Folgen die letzten Male hatten und jetzt... Boah, wir hatten... Also, wir haben angefangen mit so einer Standardrunde. Ich glaub, wenn man sich unsere Folgen anguckt, dann weiß man Bescheid. Dann hatten wir eine neue Map. Wenn ich die von irgendwie dieses Western gedöselt. Ich glaub, das ist vom Todbringer. Aber den hatten wir halt auch noch nicht, als Killer. Dann hatten wir die neue Map, Silent Hill. Yes. Und dann hatten wir jetzt auch den Killer von Silent Hill. Den Pyramidenkopf. Boah, mega. 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 Es war mega. Einfach drei neue Sachen hintereinander. Das war extrem überfordernd. Das ist auch wahr. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Aber es bleiben uns noch ein paar Sachen übrig, die wir auch noch sehen müssen. Also, der Todesboten selber, gegen den müssen wir spielen. Gegen den Demogorga müssen wir noch spielen. Und gegen den Oni müssen wir noch spielen. Gegen den Oni. Der gute alte Oni. Oni? 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 Oh, ne, 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 ne. Da klopft es draußen. Wohl wie. Ja, weiß ich nicht. Da klopft es draußen? Was redest du? Okay, so. Bisschen out of context. Egal. Okay. Oh, Krotus Brenn hatten wir diesmal auch noch nicht. Ja? Ach ja, stimmt. Hatten wir jetzt nicht, seit wir wieder hier Rambazamba machen hier bei DbD. Ah, das hat aber auch ein Update bekommen. Krotus Brenn. Ja. Sieht ein bisschen anders aus. Warte, da muss ich mir gleich angucken. Oder ich täusche mich gerade. Und dann ist schon wieder der Doktor. Darf habe ich keine Lust, der Doktor ist anstrengend. Ah. Ja, gefällt mir auch nicht so gut. Ich glaube, ich wechsle gleich mal einen Perk, sodass ich den von Jake Park nehme, dass ich keinen Mucks von mir gebe. Weil... Mäh, ist in meiner Nähe. Mäh. Ich bin der Schildkröte. Das sind meine Spanisch-Skills hier. Ich ausgepräge. Tschüss. E-hah, hä? Eeee... Scheiße. Oh ich bin halt die ganze Zeit einfach nur an Brande der Map entlang gelatscht ohne Risiko. Da fehlte mir ein bisschen das Risiko drin. Hoppala, was passiert? Scheiße, ich werde die ganze Zeit von dem blöden Doktorus schwägt. Na daneben, blöd Mann. Hä? Wie kann der denn jetzt... achso ja, ja, ich war der... Das ist ja nicht schlimm. Ja, geh doch wieder weg, ey. Ey, wenn ich nicht... Ich seh dich, ich seh dich und ich seh ihn und ich seh ihn. Huiuiuiui. Aber jetzt ist echt nicht so, was ich noch so... Ich will die Kirche. Ich mag ihn auch gar nicht. Ich geh nicht gern zum Tarnat. Ah, doch. Ja. Ich geh nicht gern zum Tarnat. Ich will nicht zum Tarnat. Ja, doch. Ich geh doch nicht. Nein, ich geh aber nicht. Ich geh nicht. Schön in der Kirche auf der Kirmes. Oh. Ja, ich lenk ihn mal ab. Oh mein Gott. Ganz schön. Was dachte ich das? Oh, was fliegt denn hier weg? Oh, er kommt zu mir. Das ist ja nicht so gut. Ich hab ihn abgelenkt. Hui, ich hab ihn unfreiwillig abgelenkt. Lassen sie mich in Ruhe. Lassen sie mich in Ruhe, please. Gefällt mir alles nicht gerade. Gefällt mir alles nicht. Alles ganz, ganz schwierig gerade. Hey, er hat mich geschlagen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich echt unhöflich. Das ist echt Das ist eigentlich sehr effizient, wenn man... Ja, das haben jetzt voll viele, die sie da reingefascht. Dabei sieht man so, dass man alle irgendwie... Ja. Okay, was war denn das für ein Ding? Hallo? Ich häng hier ein bisschen ab. Habt ihr Lust? Also, nur so, ich hab so'n... Ja, so'n... So'n Haken im Körper. Das ist nicht so schön. Hallo? Oh... Okay, was ist denn für Tier los, sonst du denn für Zitteranfälle? Oh... Oh... Äh... Oh, hier ist das Generator, das ist natürlich nicht so gut. Oh, jetzt ist er schon wieder da. Anstrengender Ritsch. Okay, er hat mich nicht gesehen. Okay, dann hat er mich nicht gesehen. Weiß, wie er ist. Oh... Okay, er ist nicht mehr beim Kirmes... okay. Oh, da. Klasse. Oh... Ja, ich heil mich mal eben selber. Schön im Kirmeszelt. Inse Kirmes. Oh ne, er ist schon tot. Oh, fuck. Was? Hä, warum? Fuck. Fuck. Ah, da. Großartiger Fähigkeits-Jack. Ich auch nicht. Er ist wieder sehr meiner Nähe, das gefällt mir nicht. Guten Tag. Guten Tag, ich bin der Zahnarzt. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Er übt aber noch mit dem Killer, äh mit dem... Ja, das kann sein. Boah, da schreien aber auch alle rum, ne? Ja, find ich anstrengend. Voll die Schrei-Party hier. So. Frage, ich bin der tot. Warum? Aber man kann. Mach nur mal irgendwas Sinnvolles. Ich länge ihn ab. Ah, ich mach nen Generator. Ich länge ihn ab. Hä, hängst du... Ja, ne. Hä? Oh, okay. Man kann's ja mal probieren. Ja, aber du bist doch jetzt noch nicht tot, oder? Äh, nein. Ah, guck mal! Nein! Ah, da retten wir dich doch noch! Ah! Oh! Das war ich. Entschuldigung. Ich sollte den Gameshorn ein bisschen runterdrehen. Er hat sich verloren. Warte. Scheiße. Oh, das ist eigentlich ist der Doktor ja schon für so Tüter. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Meintest du nicht, du kannst mit dem Doktor am besten umgehen? Aha. Ja, mit dem kann ich nicht gut umgehen. Tüter. Aber mit der Hexe ist glaub ich mein... Die Hexe ist eher mein... Weil man da Fallen stellen kann und man... So... Unauffällig Fallen platzieren kann. Boah, der Generator ist grad so laut. Ich versteh hier... Ich versteh dich kaum. Das ist ein bisschen blöd. Ja, jetzt ist wieder Ruhe. Ich sollte den Gameshorn echt noch ein bisschen weiter runterdrehen. Ich komm mal zu dir. Glaube ich. Ah, ist vielleicht nicht so schlau gerade. Ja, ach so. Da wird eine gerade gejagt. Ach so. Na dann. Das hätte ich... Ich dachte das wärst du gewesen. Ne, ne. Die ganze Zeit das wärst du gewesen. Ach so. Dann hätte ich das nicht sagen können. Ich glaub dann wär ich jetzt grade nicht so entspannt gewesen. So, ja, hier. Jetzt seh ich dir vor meinem Leben. Schön, ne? Du hast auch wieder zu tippen. Wohin? Ich soll uns auf eine Richtung einigen? Ne, okay. Oh, der Generator. Oh ne, der Generator. Wo bist du denn? Ich hab' ich schon wieder verloren. Ich hab' mich wieder in eine sehr unhauffällig auffällige Ex-Day. Ah. Ne. Warst du das? Ja. Oh. Also, der Generator ist drin. Was ist... Oh Gott! Ich bin gleich tot. Das ist nicht so gut. Nein. Ey, mein Stoll. Ey, mein Stoll. Wieso ist denn hier in der Hütte nix? Ne. Oh, hä? Hallo, bist du das? Ne. Ja, Mann, Mann, Mann. Was bringt das das Herausfinden überhaupt noch? Überall sind Haken. Sind gar nicht mehr. Das stimmt. Aber es hat auch vorher nicht viel gebracht. Es war immer so ein gewisses Risiko. Ja. Ich weiß nicht. Oh. Ach ne, du bist ja jetzt instant tot. Das find' ich nicht gut. Viel Spaß auch. Ich bin jetzt in, äh, ink.... Oh mein Gott! Doktor, Doktor Doktor Doktor! Ui, 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 ui. Ach, bitte. Ach, bitte. Ah, da sieht er entspannt bei dir aus. Scheiße. Kleine Rückenmassage. Direkt schön am Haken. Der Schüppel träumt ja. Voll schlägt, du, alles klar. Scheisendreck. Das ist ja, das ist ja schön. Noch noch die andere, alle da. Ja, die hat, ähm... Oh, sie hat einen sehr hektisch. Oh, sie hängt bei der Luke rum. Ach so, sie wartet nur. Lass mich mal sterben. Soll ich sterben? Oder nee, lass dich nicht sterben, Flo. Oha. Ja, das ist ja gut. Oh nein, was? Oh nein, okay. Lass dich dann aber gleich. Ja, lass, geh bitte zu Luke, Madame. Gehen Sie bitte. Das ist nur zu Ihrer Sicherheit. Okay, was passiert? Ich bin YOLO. Also, ich steh'n dich nicht. Okay. Wird es wieder jetzt ne nette Runde, oder wie? Hä? Ja, gut. Hä? Was ist denn mit ihr? Was ist denn mit dem Mann? Wird es jetzt ne nette Runde, und ich hab's verpasst? Dürfen wir jetzt zum Ausgang gehen? Ich bin jetzt verwirrt. Ich hab euch ja immer in den Satz. Hä? Okay. Hä? Versteh' nicht, was du sagen willst, aber okay. Ich auch nicht. Scheiße. Aua. Können Sie bitte aufhören? Das ist Schocktherapie. Ist sehr hilfreich bei Stress. Boah, ist ja mal. So Elektroschocks kann man ja immer anwenden. Äh, kann ich mich bitte? Nee, ich muss dich als selbst halten. Okay, entspannte, entspannte Sache. Ah, ich mach... Oh. Ja, gut. Dank. Okay. Äh, okay. Kann ich mich auch beruhigen? Jetzt könnt ihr ja zu ihm gehen und euch nochmal schlagen lassen. Äh, nee, warte. Ich möchte ihm... Nee, können Sie bitte? Was möchtest du? Wirst du wohin? Dazu kriegen. Ja, das hatte ich vor. Was war denn da von der Lörter? Okay. Aua. Ich versteh' nicht. Ich versteh' gar nicht gerade. Ich bin so verwirrt. Von allem. Aber solche Runden können auch mega lange gehen. Weil wenn man in der Lörter so einem Fall in Farmen drin ist. Äh. Er ist so schwubbel. Er steigt mega elegant da drüber. Ja, ne? Oh. Ich heile dich. Naja, okay. Naja, bestimmt... Ich weiß nicht, wie lange lehre ich. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Boah. Boah. Ich beruhige mich. Boah. Oh mein Gott. Ja, ey. Lass sie mich bitte. Nein, nein, nein. Ah, Alice, die ist frei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie? 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 Ich muss ihn beräumen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Toll, das süße Geräusch eigentlich. Ja, ne? Das ist so komisch. Zum ersten Mal aufgefallen ist. Da war ich auch so mega begeistert von dem Geräusch. Ich hab's schon wieder vergessen gehabt. So gut. Ja, ich auch. Nee. Ey. Ja, das ist jetzt natürlich noch... Oh Gott, ich bin immer sehr richtig... Was macht sie denn da mit ihrer Kamera? Ich werde total... Boah. Was tut sie denn? Sie macht sie ganz schnell. Sie greift sie ganz schnell. Und ich hab das Gefühl, dass ich in Lichtgeschwindigkeit ganz schnell fahre. Boah, Alter. Ist gar nicht gut. Dürfen wir weiter Generatoren bitte machen? Da ist ein Generator, den können wir doch mal machen. Schlagen sie mich bitte nicht, da hab ich jetzt kein... keine Euphorie. Oh, guck mal, Luke. Ah. Cool. Da ist jetzt natürlich... Was soll ich dir nur sagen? Hä? Das ist der Kompf an der Seite von da drüben. Echt? Ah ja, das ist ja immer, wenn man die Jagd überlebt. Ach so, ich dachte, es wird aus dem Spiel entkommen. Ja. Oh. Ja, lassen sie sie bitte frei. Nee. Okay. Oder auf. Opsala. Hat mich jetzt abgelenkt. Okay. Oh, aber er hat sie nicht gehofft. Ja. 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 Das jetzt natürlich. Dürfte ich bitte den Generator machen? Stören sie mich nicht? Nein. Bei meiner Arbeit. Nein. Halten sie still. Oh. 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 Oh Gott. Hey. Ich hab hier noch 20 Punkte. Wie du da mal auskommst. Du bist da auch nicht so psycho. Stimmt. Blää. Phew. Ha, Generator. Kommen sie. Huch. Hier, gucken sie. Ich hab nen Generator gemacht. Ich kann mich nicht beruhigen. Nee. Wir haben ja schon unproportional aufgespielt, oder? Ja, find ich auch. Haben wir hier noch? Haben wir hier noch? Hier ist doch. Ja, das ist natürlich mega spannend aktuell für mich. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht so. Ja, bin schön. Diese Geräusche sind so lustig. Nennen die Folge einfach nie. Genau, einfach N-E-H-E-H-E. Oh Gott. Bestobiert bitte langsamer. Das kannst du da gar nicht verarbeiten. Dämeeh. Boah. Ja, macht die gerade einen Generator. Ich hab eigentlich keine Lust mehr auf die Runde, aber ich will die- also... Ich weiß halt nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Gibt's hier nicht irgendwo noch Platten... Paletten? Ich find keine mehr. Hey, laufen sie nicht weg. Ah, Hilfe. Ich schreie. Einfach mal Killerfang spielen, das wär auch interessant. Hab dich, du bist rei- was mach ich denn? Wie schläg ich denn durch die Gegend? Ich hab dich paralysiert. Oh nein, hier ist ein bisschen Angst. Kann ich gar nicht verstehen. Können sie bitte... Ich schieb gar keine Tricks oder so. Nö, überhaupt nicht. Ich würde mir sowieso schon mal Gedanken machen, wenn ich da aufwache, in so einer Umgebung. Ja, ne? Dann hast du grundsätzlich schon ein Problem. Das hätte ich allein schon für den Verstören. Ja. Ich mein, die Stäuchling-Charakteren sind ja immer, dass die praktisch irgendwann einfach verschwunden sind und dann halt in diesem... Ach, oh, das ist ein Spiel. Ja. Ja, gut. Wie ist das richtig denn gerade? Ja. Boah, die soll immer wieder aufhören mit dem Kreiseln, das macht mega, boah, kotzt mich einfach. Oh, okay. Mit dem Kreiseln. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin lange aber auch ein bisschen... Ja! Ja! Ja, wir können das als Special-Folge rausbringen. Einfach den letzten Part hier noch. Weil... Oder ich bring das einzelne als Special-Folge raus, weiß ich nicht. Wieso? Ich bin schon im Ganzen, aber das ist so scheiße. Ja. Wir können es natürlich Special-Folge nennen, aber... Nee, weil eigentlich... Okay. Ich hätte gesagt, es ist halt schon eine Folge und es ist eine Runde. Wenn eine Runde lange dauert, dann ist es halt eine Folge lang. Okay. Ja, können wir auch machen. Weil es mir bei der ersten Folge aufgefallen ist, dass das Airborne scheiße ist. Ah, Cliffhanger. Das habe ich da zwar gemacht, aber... Ich habe den Cliffhanger da noch viel weiter ausgeweitet. Oh mein Gott. Ich habe, äh... Hingeschrieben so. Oh, das ist mit einer an Cliffhanger! Ja. Ich habe da extra... Als es... Als es gepochert hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, als es gepochert hat. Als es gepochert hat, habe ich extra dann aufgehört und ein paar Sekunden rausgeschnitten. Oh! Nee, ich habe es halt... Vielleicht sollte ich das noch ändern, dass... ... ich die B ja rausschneide, weil sonst ist es auch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sorry. Ich habe es zu dumm. Oh mein Gott. Die andere sieht nur die ganze Zeit, wie du da geh... Wir schreien nicht. Was tut sie da? Ja, die andere raus. Die rennen auch auf der Map rum. Oh mein Gott. Kannst natürlich auch einfach rausgehen jetzt. Ja, soll ich machen? Warte mal. Ich halte mich mal kurz vor selber, um noch ein paar Punkte zu holen. Ja, die... Obwohl, die kommen jetzt zu dir. Ah, das finde ich schön. Oder? Mit was verbinde ich mich eigentlich? Okay, die sind bei einer Luke. Du solltest du auch mit rausgehen. Ja, warte kurz. Ich möchte mich eben heilen. Entschuldigen Sie. Ja. Ist okay. Ja, dann gehen wir jetzt raus. Ja. Tschüss. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Ja, war sehr nett. Ja, ich geh ja schon raus. Geh raus, Jens! Verbild dich! Ich wollte mich noch bedanken. Ach. Ja, das war ja auch eine gute Runde, B. Ja, aber mit einem überraschenden Plotwist. Ich hätte auch gerne Punkte gehabt. Nee. Cut. Nee, nee, nee. Aber trotzdem, Kartowitsch. Ja. 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 Ja.